Patrick, welcher dieser Songviertel ist nicht von DJ Bobo? A. Secrets of Love. B. Where is your love? C. Love is everywhere. Diese Klischee ist hier der Rausfall. Ja, wir haben uns wirklich lange hingesetzt und geschaut, was ist wichtig an der Schweiz. Für uns schon relativ klar Deutschland, weil wir einfach auf dieser Tour mit Boy so viele schöne Momente erlebt haben und einfach so viele tolle Menschen und das Publikum auch kennenlernen durften. A. Patrick Bishop glaubte als Kind, der Sohn von Christe Berg zu sein. B. Obwohl Patricks Vater einige Jahre Kassenwart des Schweizer Skilehrerverbandes war, kann Patrick selbst nicht Ski fahren. B. Wir sind noch gar nicht fertig. B. Wir haben uns eigentlich sehr so davon inspirieren lassen, wie die damals auch irgendwas Verrücktes gewagt haben, wo man in der Gesellschaft gesagt hat, das funktioniert doch eh nicht, das ist unmöglich. B. Das ist total verrückte Kräse-Fondue. B. Ihr müsst jetzt mit eurem Käse diese Brote abschießen. B. Das war TV-Neue-Sondersendung Kultur und Geschichte der Schweiz mit Willen and the Parish und Patrick Bishop im Fest. B. Das war TV-Neue-Sondersendung Kultur und Kultur.